willkommen ich zeige ihnen heute die dolly die dolly von meinem freund tommy m thomas macheike in einem ganz besonderen leder nämlich im wild buffalo schwarz zwei sofas in einer ganz klaren optik ich sage immer kubisch klassisch kauf ich ein stück das nie aus der mode geht hier haben sie viele viele jahre dran dann haben sie ja natürlich das besondere an dieser gruppe das ist das leder das ist ein büffelleder mit einem glanz drauf bisher waren die büffelleder zumeist stumpf jetzt gibt es die auch mit glanz sehr sehr robust sehr sehr ausdrucksstark sehr sehr natürlich und sie haben zwei sofas mit kompakten außenmaßen die sie auch in kleine räume stellen können übrigens so fast immer sehr flexibel weil sie können sie ja über eck stellen gegeneinander stellen oder komplett separat jetzt setze ich mich mal ein und zeige hier auf die schönen vierkantrohr füße was ganz besonderes und sie haben lose rückenkissen so können sie sich das richten wie sie am liebsten sitzen jeder mag ist ja anders sie können hier natürlich auch wunderbar drauf lümmeln sogar auf einem kleinen sofa sie können die kisten auch ganz weg nehmen toby macht das immer ganz geschickt mit diesen fahnen zum festmachen und haben dann noch mehr tiefe für große leute ja und sie haben eine neue garnitur die neu gefertigt ist um das leder zu testen wie es wird und die die gibt es nur einmal die gibt es nur bei profischnapp.de schnappen sie zu vielen dank und tschüss